Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, heute mache ich ein Reaction Video auf ein Reaction Video vom lieben Sascha Kubretti. Hier nochmal schöne Grüße an dich Sascha und vielen Dank, dass du mein Video auseinandergenommen hast heute, gestern. Ja, auseinandernehmen kann man ja gar nicht wirklich sagen. Du hast das Produkt, was ich vorgestellt habe, auseinandergenommen, zumindestens mal analysiert. Es ging ja hier um die Box von, oder die Ultimate Edition von der Ghostbusters Box, wo ich ja gestern das Unboxing gemacht habe. Und du hast ein Reaction Video darüber gemacht und superb dein Video, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gut amüsiert über das Video, ich fand das mega. Und ich fand es auch eine sehr, sehr große Ehre, dass du das gemacht hast und mein Video ausgesucht hast. Fand ich sehr, sehr cool. Ja, liebe Zuschauer, alles, was mit dem Sascha hier passiert und alles, was der Sascha gesagt hat, das ist natürlich alles in Absprache mit mir passiert. Ich mag den Sascha sehr, sehr gerne. Der Sascha ist einer von wenigen YouTuber, die wirklich super lieb und super nett sind. Und ich habe mit dem Sascha auch überhaupt keine Probleme. Und bei uns beiden ist alles tutiv, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und ja, und deswegen war das auch völlig okay, dass er das gemacht hat. Finde ich echt lieb von ihm und super. Und ich fand es auch total schön, dass er mich gefragt hat. Ja. Und normalerweise mache ich solche Reaction Videos auf einen Reaction Videos eigentlich gar nicht, weil mir die Zeit dazu gefehlt hat. Aber ich fand das Video sehr cool. Und da ich gestern aus zeitlichen Gründen, also ich muss dazu sagen, am 8. Februar sind meine beiden Babys geboren worden. Morgens um 8.08 Uhr kam meine Tochter auf die Welt und um 8.15 Uhr kam mein Sohn auf die Welt. Und ich bin jetzt total im Babyfieber und im Kinderfieber und ich bin jetzt Papa. Das ist sowas von surreal für mich. Es ist der Hammer. Ja. Meine beiden Babys müssen noch auf der Intensivstation bleiben, aber es ist alles in Ordnung. Die werden nur überwacht. Ja. Sie sind auch keine Frühchen. Sie sind super entwickelt und alles ist in Ordnung. Und die kleinen Würmchen sind halt aus Vorsorgegründen, weil bei beiden zwischendurch nochmal der Sauerstoffgehalt zwischendurch mal nachts abgefallen ist. Und das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches bei kleinen Babys. Die halten auch ganz gerne mal die Luft an. Und deswegen wurden die jetzt erstmal auf der Intensiv weiter behandelt. Und gestern musste ich halt natürlich auch dann zu einem gewissen Zeitpunkt dorthin, weil wir ja Corona haben. Wir Väter dürfen ja leider nicht ins Krankenhaus in dem Sinn. Aber jetzt ist natürlich auch der Vorteil, dass ich in dem Krankenhaus noch arbeite. So habe ich ein bisschen andere Privilegien, ins Krankenhaus zu gehen. Aber ich muss mich dann auch irgendwie ein bisschen an Uhrzeiten halten und auch da sein. Weil auf die Intensivstation oder kinderintensiv darf man halt nicht immer rein, so wie man das möchte. Sondern das geht halt tatsächlich nur mit Absprache. Und deswegen habe ich auch gestern beim Video ein paar Sachen nicht angesprochen, die ich aber jetzt nochmal aufgrund von Saschas Video einmal nochmal kurz nachholen möchte. Und auch was bestätigen muss und auch nochmal einen Kommentar machen muss. Aber ich muss so ganz sagen, also alles was Sascha in seinem Video gesagt hat, ist zu 100% korrekt. Ja, und daher ist es absolut super gewesen, das Video und ja, keine Ahnung. So, womit fange ich an? Ich muss mal etwas korrigieren noch, was ich gestern nicht erwähnt habe. Und dafür nehme ich mal gerade die Sachen weg. So, ich habe gestern gesagt, dass wir bei Ghostbusters 2, jeder kennt Ghostbusters 2, super Film, ist persönlich nach Ghostbusters 1 mein Lieblingsfilm. Ich mag Vigo, ich mag den Soundtrack, den Score. Und Ghostbusters 2 habe ich damals als Kind im Kino gesehen und deswegen hat Ghostbusters 2 für mich eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Ich habe gestern gesagt, Ghostbusters 1 liegt in einer 5.1 Tonspur. Ghostbusters 1 wurde tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr remastered mit einer neuen Tonspur. Man hat das Ganze wirklich angehoben. 4K, super Bild, super Ton, mega. Ghostbusters 2 hat nur eine optische Aufwertung bekommen. Das hat folgenden Grund. Ich habe gestern und in den letzten Tagen diesbezüglich auch nochmal recherchiert. Es war mir auch bekannt, aber es ist mir gestern bei dem Video nicht mehr eingefallen und deswegen habe ich es auch gestern nicht mehr erwähnt. So, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich weiß nicht, ob das bei dem einen oder anderen präsent war. Vor ein paar Monaten gab es eine VÖ und zwar Ghostbusters 2 Score. Das ist diese gute CD. Gab es auch als Vinyl. Es wurde endlich nach so vielen Jahren auf Wunsch der Fans der Ghostbusters 2 Score veröffentlicht. Score ist immer diese Musik oder diese Hintergrundmusik, Filmmusik, die jetzt nicht auf den Original Motion Pictures CD zu finden ist, sondern das ist tatsächlich hier Musik bei Randy Edelman. Es gab ja auch schon den Score von Ghostbusters 1, aber den gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und von Ghostbusters 2 gab es keinen. Warum gab es den nicht? Ganz einfach, der Score hier in Deutschland oder in Amerika ist verschollen. Es gibt nur noch Passagen von diesem, von dem Score. Und das Orchester hat das hier nochmal eingespielt, neu, original. Und daher sind einige Passagen auf der Score CD etwas anders wie im Film. Ja, weil Noten fehlen, weil irgendwelche Sachen verschollen sind und man diese nicht mehr findet. So, ging auch damals oder vor ein paar Monaten medial durch Facebook und was weiß ich oder durch Social Media. Job Sony hat das auch bestätigt, dass man hier einige Passagen anders spielen muss vom Orchester her. Und man musste improvisieren, weil niemand mehr die Noten hatte und weil es nicht mehr das Original gibt. So, außer auf dem Film selber als fertig gemasterte Scheibe. Jetzt ist es so, dass wahrscheinlich aus diesen Gründen, aber das konnte ich jetzt noch nicht weiter recherchieren, ob das wirklich auch dieser Fall ist, dass man gesagt hat, wir nehmen lieber den alten Score und lassen es so, bevor wir jetzt hier anfangen, die neuen Passagen in den Film mit einzubauen und damit die Fans zu verschrecken. Ja, weil man ist den alten Score gewohnt auf dem oder die alte Filmmusik gewohnt auf Vigo der Karpate und Ghostbusters 2 und allem drum und dran. Und dann holt man jetzt andere Filmmusik, das geht nicht. Ich habe mir die Filmmusik angehört. Die meisten Sachen sind identisch, Filmmusik original wie von Ghostbusters 2. Zwischendurch kommen Passagen, die dann anders sind. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, ist aber auch nicht jetzt wirklich tragisch. Für eine Stand-It-Alone-CD oder Vinyl ist das absolut okay. Solange für mich der Film noch authentisch weiterläuft, so wie er damals rausgekommen ist, ist das okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn die im Studio sitzen, das Bild aufheben, sind wahrscheinlich mehrere Spuren, Tonspuren oder alles separat. Film und Ton sind wahrscheinlich getrennt. Die müssen dann aufgenommen werden, neu und neu digitalisiert werden. Andererseits weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, es muss ja heute technisch möglich sein, aus dem alten Film trotzdem noch eine 5.1-Tonspur zu machen. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie die das in dem Studio machen. Das ist noch so ein bisschen die Wissenslücke, die ich habe, dass das einfach nicht passiert ist oder passieren kann aus diesen Gründen. Ich weiß es nicht hundertprozentig und deswegen ist es einfach das Problem. Das war jetzt mal so die Begründung für Ghostbusters 2, warum das auf 5.1 nicht rauskommen könnte oder kann. Das ist meine persönliche Begründung dafür. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wäre für mich eine logische Schlussfolgerung. Andererseits, auch bei Star Wars hat man es geschafft, obwohl Star Wars auch eigentlich im Laufe der Jahre wurde Star Wars so oft verändert. Mit diesen schwarzen Rahmen an den Seiten, die hat man wegretuschiert. Neue Tonspuren, aber auch keine Dolby Atmos Spur. Ich habe das Gefühl, dass die in Amerika immer noch denken, ja die Deutschen, die sitzen noch in ihren alten Bunkern von 1945 und warten darauf, dass der Krieg endet in Deutschland. Und die haben ja sowieso noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Naja, wir können denen die billigsten, besten Tonspuren da lassen und vielleicht, wenn die mal bessere Technik bekommen, freuen die sich dann, dass die Affen dann auch mal was Gutes haben. So, andererseits wieder ist bei dem Film Twister, den ich im Regal stehen habe, Daylight. Aus einem so alten Schinken, ja, wurde dann eine Dolby Atmos Spur gemacht und Auro 3D. Verstehe ich nicht, das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Aber vielleicht war das Ausgangsmaterial auch besser gewesen, als wie von Ghostbusters 2. Ich weiß es nicht, ja. Aber ich muss auch dem Sascha recht geben, die Sammelqualität hat sich geändert, auch bei mir. Ich kaufe schon lange nicht mehr jeden Schiss. Ja, ein absoluter Fehlgriff ins Klo war für mich die Herr der Ringe Ultimate Edition mit der Pappbox. Und mit Ghostbusters will ich das jetzt gerade gar nicht sagen, weil in Anführungszeichen hier noch das Preis-Leistungs-Verhältnis mit 80 Euro, ich kann damit tatsächlich noch leben. Ja, muss ich echt sagen, auch wenn es Pappe ist, ja. Und wenn es auch von innen nicht schön ist, aber die Box hat trotzdem ihren Reiz, ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, aber auch hier 80 Euro für so ein verwichstes, tut mir leid, dass ich das sage, Mediabook, weil da ein bisschen Industriewatte drin ist für 30 Cent. Nein, 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 da mache ich nicht mehr mit. Und diese ganzen blöden Editionen mit den Figürchen, die da heute alle rauskommen, nein, kaufe ich nicht mehr. Kaufe ich nicht mehr, weil es nicht mehr, es macht keinen Spaß mehr. Es macht auch für mich keinen Spaß mehr. Ähm, ich habe mir gestern Abend tatsächlich Ghostbusters Afterlife nochmal, äh, habe ich reingeschaut, ich habe die reingelegt. Ich habe ja hier eine richtige Dolby Atmos Anlage mit Deckenbeschallung, habe ich ja schon mal in einem Video gesagt. Und ich muss dazu sagen, die DTS Spur ist super. Es rumst, es knallt, klare Töne, klarer Sound, ja. Man muss dazu sagen, DTS hat mit Dolby nichts zu tun. Dolby ist eine eigenständige Firma, DTS Digital Theater Sound ist auch eine eigene Firma. Und DTS war schon immer bekannt dafür, dass die auch mit 5.1 Spuren sehr, sehr gute Klangergebnisse erzielen. Und, ähm, auch wo Dolby Atmos draufsteht, muss man auch leider sagen, hier in Deutschland zumindest, ist auch nicht immer Dolby Atmos drin. Der Grobi von Grobi TV, der auch mit Heimkinos rummacht, hat das mal in ein paar Videos, wenn ihr mal auf seinen Kanal geht, äh, mal sehr gut demonstriert. Beste Beispiel hier für einen super guten Dolby Atmos Film, ich mach Daumen runter, ist The Passengers. Äh, hier mit, äh, Chris Pratt, wie der heißt, und hier mit die, die Dame von, die Pute von Panem, ich, fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Wo die da im Weltraum dann wach werden, bla bla bla. Mit der Avalon, das Raumschiff, äh, super geiler Film. Ich liebe diesen Film, ich find den mega, den Film. Ich find den super geil, den Film, könnt mich töten, wenn ihr den nicht gut findet, ich fand den geil. Weil, ja, ich guck ihn mir auch tatsächlich immer mal zwischendurch regelmäßig an. Ich mag den Film, ich mag dieses Weltraumfeeling, ich mag diesen Soundtrack von dem Film. Und ich mag die Umgebung, äh, ich mag diesen, diesen, dieses ganze Drumherum von dem Film, mag ich einfach. So, der ist einfach mal hingegangen und hat mal die ganzen Lautsprecher, die auf dem Boden stehen und so, alle abgeschaltet. Und hat nur die Deckenlautsprecher angemacht. Und da, wo Dolby Atmos rauskommen sollte, kam nicht wirklich viel raus, äh, da kam nur Mist raus. Einer der besten Dolby Atmos Filme, wenn man den Dolby Atmos gucken möchte, fand ich persönlich jetzt, und das hat auch der Grobi TV gesagt, sagt, besser Dolby Atmos Film ist San Andreas, dieser Erdbebenfilm mit Dwayne The Rock Johnson, ja. Super geiler Dolby Atmos Film ist der Film Everest. Da, mit diesem Berg, ja, wo die Bergsteiger hochgehen, da ist Dolby Atmos von oben permanent am Bam 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 und hier und da und super. Und bei San Andreas kommen die, der Hubschrauber fliegt von links nach rechts, man hört Sachen von der Decke fallen. Total mega geil, ja. Das gibt es aber nicht überall, so, nur weil Dolby Atmos draufsteht. Da wird auch wieder gemischt und dann wird das blödsinnig gemischt. Teilweise kann man die Soundspuren mit Dolby oder beziehungsweise mit Auro 3D noch, wenn man einen Verstärker hat, meiner kann das, teilweise die Tonspuren dann noch ein bisschen mehr rausholen mit Auro 3D. Ja, mache ich aber nicht, denn Dolby Atmos ist für mich so wirklich in Ordnung. Hat man auch, wie gesagt, bei der Herr der Ringe Box, die sind in keinster Weise in Dolby Atmos. Was ich wiederum nicht verstehe, da hat man DTS 6.7.1, aber kein Dolby Atmos. So. Laut Krobi von Herr der Ringe, die Mittelerde Collection, kriegt man halt noch ein besseres Klangerlebnis mit Auro 3D. Konnte ich jetzt nicht feststellen, habe ich gemacht. Ich habe es auf Auro 3D umgeswitcht. Konnte ich jetzt tatsächlich nicht feststellen, ob es dadurch besser wurde oder schlechter wurde. Keine Ahnung. Also ich habe bei Dolby Atmos und Auro 3D das Klangerlebnis als gleich oder ähnlich empfunden. Ja. Ja. Zu der Ultimate Edition muss ich nochmal eins sagen. Auch hier in Deutschland hat der Sascha auch recht gehabt, habe ich nicht erwähnt. Keine Pappschuber noch drum. Wie gesagt, keine Steelbooks, keine digitalen Downloadcodes von Ghostbusters. Aber da müsste ich jetzt... Ich habe auch nicht alles rausgeholt, da hat er recht gehabt. Das kann ich jetzt auch nochmal kurz nachholen. Nee. Es ist tatsächlich nichts drin. Hier nicht. Da nicht. Scheiße. Nichts drin. Es ist nichts drin. Sind sogar dieselben CDs drin. Gleiche Design. Und kein digitaler Downloadcode von... Nein. Nichts drin. Es ist definitiv nichts drin. Kein digitaler Downloadcode von 2016. Muss ich aber auch sagen, ist mir persönlich auch egal. Ob da jetzt der digitale Downloadcode von 2016 drin ist. Ja. Und auch kein Licht. Ja. Aber da habe ich schon gesehen, bei einigen Leuten funktioniert das Licht. Bei einigen Leuten funktioniert das Licht nicht. Und nachher, wenn dann irgendwann mal nach 300 Tagen die Batterie leer ist, dann ist da auch spätestens dann Schicht im Schacht. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, kann man die Batterie auch gar nicht wechseln. Also davon mal ab bin ich dann auch nicht böse darum, dass das Scheißding nicht leuchtet. Ja. Ja, ihr Lieben. Das wollte ich nun mal kurz nochmal zur Ansprache bringen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das dann nicht böse, dass ich das jetzt nochmal, dass ich das gestern vergessen habe. Und dass ich das jetzt nochmal im Nachhinein einfach nochmal kurz erwähne. Sascha, nochmal vielen lieben Dank für dein super geiles Video. Es hat mich sehr gefreut, dass du das gemacht hast. Darfst du auch sehr gerne öfters machen. Das machst du super. Und ja, wie gesagt, zwischen Sascha und mir ist alles super abgesprochen gewesen. Und daher nochmal vielen lieben Dank. Das war's von mir. Macht's gut, bleibt alle gesund. Ja. Ob's die Box jetzt mit der Erklärerei besser macht, das steht auf einem anderen Blatt. Das müsst ihr selbst entscheiden. Aber besser 80 Euro wie 150 Euro. Und wer die jetzt hat, hat sie. Ich hab sie jetzt auch. Ich werd sie nicht zurückschicken. Aufgrund halt, wie gesagt, von dem schönen Bonusmaterial. Und na, als Ghostbusters Fan ein lachendes Auge, ein weinendes Auge. Und es würde mir wehtun, diese Edition wegzugeben als Fan. Denn da ist man leider immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten. Naja, gut. Aber trotz alledem wünsche ich euch einen schönen Tag. Und macht's gut.